Nicht wie das für jungen Menschen ist sondern eine Orientierungshilfe geben und Sachen Liebe und erste Schritte ermöglichen auf dem Weg zu einer langen, fruchtbaren Beziehung. Eis gekauft! Leckmuschel gekauft! Esspapier gekauft! Lauf! Hose runter! Freibad! Fahrrad schloss! Abgesperrt! Schulerausweis! Vorgezeigt! Bademeister! Mittelfinger! Hose runter! Freibad! Wasserrutsche! Wasserrutsche! Nein, 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 die liebt mich nicht! Rückenbärm! Kaltwasserblutze! Nein, 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 die liebt mich nicht! Nein, 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 die liebt mich nicht! Nein, 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 die liebt mich nicht! Nein, nein, die liebt mich nicht! Huq, ich schade gerade! Na 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 Hebel, ich schade und schade gerade! Gegrat! Danke.